Hey Leute, ich bin Bimo und ich bin Loco. Wir spielen heute eine neue Runde, Notruf Hamburg. Wie ihr schon sehen könnt, sind wir in der heutigen Folge wieder als SEK-Team unterwegs. Aber heute sind wir als SEK-Sniper am Start. Die Kriminellen haben gar keine Chance. Aber Leute, vergesst nicht meinen Channel zu abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. So, jetzt aber viel Spaß beim neuen Video. Unterwegs zum Juwelier. Ich bin gleich da. Hier sind Leute, hier sind garantiert Leute. Siehst du das? Ist das, ist das... Die fahren ein Cabrio, Leute. So, ich dachte, das wäre ein Polizist. Ich habe gar nicht gecheckt, dass der der Kriminelle ist. Vorsicht nicht. Die fahren nach der Hinten, die wollen abhauen, glaube ich. Und der Hinten geht ja auch nicht ab bei dir. Oh, der hat mich fast. Vorsichtig, das sind zwei Sniper. Zwei Sniper, schnell weg, schnell weg, schnell weg. So, Momentchen. Einer liegt ja schon. Der andere auch. Oh, das ist ja Polizist hier. So, das ist meiner hier. Ey, pass doch auf, da ist doch einer. Nein, nicht bekommen. War jetzt nicht ausgelockt. Hör, wieso haben wir keine versuchte Verhaftung bekommen? Ja, okay, komisch. Und der ist eingestiegen schon wieder, Mann. Kann er hier nicht wegschoben? Ich habe ihn, also. Ich habe den anderen. Ja, ich habe ihn. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und ab geht's, Leute. Oh, sehr gut, sehr gut. Zack, da haben wir doch schon unsere erste Festnahme. Ey, das wäre jetzt aber auch echt peinlich gewesen, wenn wir den nicht verhaftet hätten. Ja, ganz ehrlich. Zack. Und du bist rausgeholt. Ich erschüsse sie hier irgendwo. Oh, ich auch. Nicht, dass die ihn wiederholen wollen. Zack. Der ist aber ein bisschen weiter weg. Der ist aber ein bisschen festgenommen, Leute. Hä? 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 Was ist jetzt passiert? Was war das denn? Ist der das? Nee, ich habe eine Festnahme bekommen, eine fertige. Der ist irgendwie anders. Hä? Achso. Der kam da irgendwie auch zu demselben Moment rein. Das war sehr verwirrend, der nicht. Ist das nicht weit weg? Wow. Richtig. Oh, der hat einen Unfall gebaut. So. Da ist aber auch schon einer. Da ist auch schon jemand, der abhaut. Mit einem Hund. Hopp. Nicht getroffen. Mit einem Hund? Der hat einen Hund dabei. Oh, nee. Der kann man bestimmt nicht festhalten. Ah, nein. Kann man nicht. Nee, kann man auch nicht. Okay. Ich stelle es dir nicht umsonst dann so freiwillig hin. Oh, ich bin jetzt schon beim Containerhaken hier und ich sehe... Äh. War das ein... Warst du das? Nee, ich bin gerade hier angekriegt. Hier, das sind die, die ich meine. Achso. Das ist kriminell. Ich glaube, die sind ins Wasser gesprungen. Also, auf jeden Fall jemand, der aussah wie ein SEK, habe ich irgendwie gesehen. Glaube ich. Oh, meine Munition ist leer. Ich glaube, das ist ein SEK-Auto. Ja, das stimmt. Schüsse, Schüsse. Ich erschüsse. Aber von wo? Hä? Pimo und Loco auf geheimer Suche nach den Verbrechern, Leute. Aber wo sind die denn? Das Auto habe ich kaputt gemacht. Also, die haben auf jeden Fall ein bisschen Probleme zum bisschen einreifen. Nee. Braucht man gerade? Nee, hier ist auch keiner. Doch, da unten. Hier ist jemand. Pimo. Wo denn? Du klettert hoch. Bleib auf dem Schiff. Ganz rechts, wo du langgelaufen bist. Boah, hier ist sie, hier ist sie. Ah, ich habe, ich habe. Haha, perfekt. Ja, perfekt. Und verhaftet. Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Ja, perfekt. Pimo und ich haben schon direkt jemanden festgenommen. Warte mal, warte mal. Und rein. Wir müssen erstmal jetzt unseren Kriminellen hier verhaften. Ganz schnell. So. Oh, Polizei kommt, aber die will auch nur jemanden verhaften. Mhm, mhm. Wollen wir nochmal kurze Nacht zum Polizeirevier? Ich habe kaum noch Munition. Also gar keine Munition. Ja, können wir machen auf jeden Fall. So, wir laden jetzt nochmal kurz unsere Munition auf. Genau. Damit wir gut gewappnet sind für die nächsten kriminellen Verbrecher. Uäh, ich werde auf einmal abgeschossen. Hey, von wo? Oh mein Gott. Von da hinten. Was geht denn ab? Ich habe nur noch ein ganz klein bisschen Leben. Schnell Keks essen. Oh, auf einmal. Wir werden auf einmal aktiviert. Einmal? Was? Er wurde festgenommen. Er wurde schon festgenommen. Okay, sehr gut. Sehr gut. Boah, was soll denn das? Auf einmal. Ich wollte nur kurz Bescheid geben, was wir hier jetzt mit der Radar-Pistole sind. Auf einmal werde ich abgeknallt. Ach nee, da ist er doch noch. Ja, ich auch. Das war sehr gefährlich. Ja, ja. Der hat so. Okay, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ja, ich habe ihn. Ja, perfekt. Tja, das kommt davon. Ich muss leider nachladen. Tja, das kommt davon. Tja, das kommt davon. Tja, das kommt davon. Wollen wir einfach hier meine Verhaftung klauen? Ja, er ist offline gegangen. Ja, perfekt. Dann kriegen wir alle was davon. Okay, na dann. Genau. Der hat mich einfach überfahren. Das lief doch schon mal ganz gut. Und es kommt ein grüner. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Der hält sogar bei rot. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dem. Krass. Oh nein. Oh, hier. Ja, genau. Zack, den habe ich auch gekriegt. Ja, den habe ich auch. Sehr gut. Der lila. Ja, genau. Wo kommt der auf einmal her? Ja, was ist der? Was ist der denn hier? Nicht, dass der auf einmal auch wieder so ein Shooting macht hier. Oh, du hast recht. Warte mal, ich teste mal ganz kurz aus. Vielleicht kann ich Stopsticks. Ah, da gibt er schon weg. Ah, genau. Das erklärt ja bestimmt einiges hier. Oh, noch einer da. Ja, habe ich noch gekriegt. Ja, ich auch, ich auch. Haha, sehr gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn. Da kommt aber ein... Oh, der Farmshop wird ausgeraumt. Ja, dann wollen wir mal. Ups. Ab geht's zum Farmshop. Oh, Toolshop. Ja, du lass uns von dem jetzt näher. Ja, okay. Oh, ey. Was ist mit dir denn los? Das war aber ganz knapp jetzt. Da hat er lila ne vielleicht. Da sind wir doch. Ne, hier ist doch richtig was los. So, und los geht's. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, der ist gar nicht illegal. Weil ich kann seinen Reifen nicht kaputt machen. Zwar der gar nicht. Oh, Mann. Ist der andere einfach abgauen schon. Da habe ich auch fett Action gemacht für gar nicht. Ja, genau. Für Schüsse. Oh, ja, da vorne. Für Schüsse gehört. Ich sehe Autos da hinten. Oh, ja. Halt ein bisschen ab. Oh, ja, der jetzt schießt. Jetzt kriegen wir den Vollgas rein in ihn. Oh, und ein Reiner. Wow. Haha. So. Okay, das ist ein Korb. Achso. Ups. Ach, nö. Hä? Der ist offline geändert. Der ist bestimmt ein Undercover-Cop. Achso. Ups. Wir haben den voll eingesperrt. Da hinten. Da sind garantiert Kriminelle. Zwischen die Autos gekleppt. Ja. Da hinten. Da hinten lasst uns zur Bank fahren. Wir sind garantiert Kriminelle. Und rein hier. Ach, da oben. Da oben auf dem Dach. Da ist ein Krimineller. Hier oben. Hier vorne. Hier direkt. Hier vorne direkt. Hier oben. Hier oben. Hat einer auch in den Chat geschrieben. Hier. Hier ist ein Auto. Hier ist ein Auto. Ich bin auf dem Dach. Ich bin auf dem Dach. Ich schieße auf ihn. Ach, nö. Ich muss nachladen. Und. Schießen. 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 Gut. Ja, ich habe ihn erwischt. Ich habe ihn erwischt. Sehr gut. Und der ist auch gleich gegangen. Jetzt gelockt. Ja, er suchte Festnahme. Perfekt. Jetzt komme ich hier aber ja nicht runter. Jetzt komme ich hier ja nicht runter. Wie soll ich hier runterkommen? Warte, warte, warte. Ich versuche dir die Leitende zu stehen. Warte. Ich kann auch von der anderen Seite, glaube ich, auf die. Warte mal. Das wird lustig, oder? Guck mal. Komm mal auf die andere Seite hier. Ja, warte. Ich habe gerade keine Ausdauer. Ich muss langsam gehen. Ich komme, ich komme. Ich versuche jetzt auf die Lampe zu springen. Hier vorne. Oh ja, warte, warte, warte. Leute, seht ihr, dass da oben ist, Bibo? Ob ich das schaffe? Ob ich das schaffe? Bibo will von da oben auf die Laterne springen. Das wird ganz schön gefährlich. So, wenn ich das schaffe, dann müsst ihr jetzt alle abonnieren und liken. Und wow. Ja, das gehört, Leute. Wow, habe ich ein. Aber ich habe es aber geschafft. Du warst kurz drauf. Das seht ihr, Leute. Das seht ihr. Und ich habe es überlebt. Das ist schon mal sehr gut. Notarzt sogar auch hier zur Stelle. Notarzt, hält uns doch mal. Der kann uns doch Blutbeute geben. Stimmt, stimmt, genau. Hallo, Notarzt. Ich glaube, der ist gar nicht da. Kann das sein? Was ist der? Was ist der mit dem Polizisten hier? Der stupst mich ganz weit an. Mann, ey. Ich verstehe das auch nicht. Der ist ja voll nervig. Was soll das denn? Ich checke nicht ganz, ob er mir jetzt schon was gegeben hat oder nicht. Oh, in der Tankstelle wird ausgeraubt. Okay. Also mir gibt er zuerst so Transfusionen. Und dir kann er die wahrscheinlich nicht geben, weil er die nicht dabei hat. Gehe ich mal von aus. Ja, Fragezeichen. Was? Der hat doch noch Fragezeichen gemacht. Bibo, lass den hier ärgern. Mann, komm, was soll das denn? Jetzt kann er auf einmal Ausruf fahren, ne? Mann, ey. Wir haben Vorfahrt. So, ey. Oh, Mann. Nö. Und das ist mir letztens auch passiert. Dann bin ich da richtig festgehangen. Okay, Leute. So, das war es mit unserem heutigen SEK-Notruf-Hamburg-Video. Ich finde, heute war eigentlich recht erfolgreich. Wir haben ein paar Festnahmen und echt ein paar Radarkontrollen gemacht. Ich fand leider nicht so viel Action wie sonst, aber war trotzdem ganz lustig. Und ich finde, ey, mit diesen Radarpis, so loko, hast du echt recht gehabt. Man kann voll viel XP sammeln. Weh. Was will der denn jetzt auf einmal? Na gut, Leute. Weh. Mann, ich will das Video hier zu Ende machen. Geht ihr mir ab, Leute. Freunde, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.